hallo hier bin ich wieder ja es gab eine kleine reiseplanungsumänderung ich wollte ja wenn ihr gestern gesehen habt von nürnberg weiterfahren nach neunkirchen am sand und stand da nur in nürnberg kurz davor der form vom bahnhof und da wurde ich entführt irgendwie von so zwei was weiß ich fans die haben mich irgendwie hier ins auto gesperrt und jetzt weiß ich nicht ob ich hier leben wieder rauskomme ob ich vielleicht irgendwie doch noch dort ankomme wo ich hin muss jedenfalls weiß ich jetzt nicht was ich tun soll ich möchte gebrannte mandeln und meinen zug kriege ich jetzt jedenfalls nicht weil ich sitze hier fest wenn ihr das video seht wenn ihr das video seht helft mir irgendwie verständigt irgendjemand was haben die denn für hüte hier in nürnberg laufen übrigens kanadische mountys rum als polizei und ich sag dann mal bevor die merken dass ich sie filme sag ich mal lieber tschüss